Wie? Ich hab'n einfachen Auftrag für dich. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Ars. Mehr Infos über ihn schick ich dir. Wo nach such' ich überhaupt? Das ist ein gerissen Ars. 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 Was ist das hier? Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020